Ja, Hallihallo ihr Lieben, nach längerer Zeit melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Ich war etwas außer Gefecht gesetzt gesundheitlich und bin es eigentlich immer noch, was nicht, an Corona lag. Aktueller PCR-Test war negativ vom Freitag, auch wenn meine App mir das immer noch nicht anzeigt, sondern mir das mein Hausarzt heute Morgen übermittelt hat. Und fernab von allen politischen und medialen Meldungen möchte ich mal etwas loswerden aus persönlichem Interesse. Wo ist dieses Land hingekommen bis jetzt und wo wollen wir eigentlich noch hin, gerade in Bezug auf unsere Kleinsten? Ist es normal, dass mittlerweile Kinder in den Schulen gemobbt werden, weil sie noch nicht gepikst sind? Egal ob einmal, zweimal oder dreimal. Es geht gar nicht mehr darum, wer der Schnellste ist oder der Schlauste. Wer vielleicht der Größte oder der Kleinste ist, so wie es früher mal war. Wer die teuersten oder die billigsten Klamotten anhat. Deswegen hat man früher auf dem Schulhof mal auf die Mücken bekommen. Heute reicht es schon aus, dass man gesund ist als Kind. Nur einfach noch nicht gepikst und deswegen nicht zur Gesellschaft dazugehört. Was für eine kranke Scheiße läuft in diesem Land. Es ist das, was wir wollen, liebe Eltern. Dass unsere Kinder auf den Schulhöfen vermöbelt werden und gemobbt werden, weil sie nicht geimpft sind. Reicht es nicht aus, dass man sie jetzt seit mehr als zwei Jahren damit malträtiert? Nicht richtig lernen zu können. Nicht den Stoff so vermittelt zu bekommen, wie wir es vielleicht einst hatten. Vor vielen, vielen Jahren. Nein. Reicht nicht aus. Warum bist du noch nicht geimpft, du kleiner Dulli? Hey, guck mal der da. Der ist giftig. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eine Vorstellung habt davon, was das mit solchen Kindern macht. Die sowieso schon psychisch angeschlagen sind. Ich glaube, ich muss hier keine Statistiken wälzen, wie viele Kinder vielleicht auch aktuell auf Intensivstationen liegen nach Suizidversuchen. Unlängst hat sie ein elfjähriges Mädchen auf einer Schultoilette aufgehangen, weil sie mit dem psychischen Druck nicht mehr zurecht kam. Ich kriege so einen Hals, liebe Leute. Und mittlerweile wird darüber diskutiert, dass wir nach Ostern vielleicht ein paar Lockerungen auch an den Schulen durchführen können. Liebe Leute, wer die Bilder aus Israel gesehen hat, wie Kinder in Klassenräumen nach der Meldung ihre Masken von den Köpfen gerätten, dass wir gefrissen haben und gejubelt haben, geschrien haben, wie befreiend das für diese Kleinen war. Und immer noch nicht versteht, dass wir lange, lange Zeit schon einen Punkt überschritten haben, der absolut ungesund ist. Es wurde schon ewig vor einer Triage gewarnt im Bereich der Kinderpsychologie. Und das holen wir auch nicht mehr auf. Was das für die Zukunft bedeutet für unsere Kleinsten in diesem Land, das können momentan noch keiner absehen. Wacht endlich auf. Steht endlich auf. Und tut etwas dagegen. Wenn mittlerweile Kinder zu Hause weinen, weil sie mit Mama und Papa nicht mehr ins Schwimmbad dürfen. Nicht einmal mehr. Und zu ihrem geliebten McDonalds vielleicht. Dann ist das nicht nur mal eben kurz eine Phase, die wieder vergeht. Dann klopft man dem Kurzen nicht einmal auf die Schulter und sagt, naja, warten wir mal noch ein Dreivierteljahr, dann geht's bestimmt wieder. Mama macht dir heute Abend zu Hause Nuggets, das ist nicht das Gleiche, liebe Leute. Und darum geht's auch überhaupt gar nicht. Wenn Mütter mittlerweile am Spielfeldrand stehen, auf dem Sportplatz, mit FFP2-Masken, im Außenbereich, um ihren Kindern zuzujubeln, gestern Abend 100.000 Menschen den Superbowl frenetisch feiern und ich dort auch diese kleinen glücklichen Kinder sehe, ganz ohne Maske, laut schreiend, lachend, fröhlich, in einem prallgefüllten Stadion, wo es niemanden juckt, und wer dort geimpft, genesen, gebumst oder sonst irgendwas ist, dann steigt er mir die Wut auf unsere Führungsriege. Im Übrigen für mich eine Führungsriege, die der Muppet Show gleicht. Nur dagegen ist die Muppet Show nur ein Himmelfahrtskommando, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber das vielleicht nochmal in einem anderen Video. Wie lange warten wir noch? Dann kommen die Sommerferien. Und dann, im Herbst, die nächste Welle. Die Impfempfehlung der Stiko für die 5- bis 12-Jährigen, ja. Die Impfpflicht wahrscheinlich für eine Variante, die hier noch gar kein Mensch kennt, mit einem Impfstoff, der bereits bestellt ist. Für was auch immer. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, liebe Leute. Um uns herum wird geöffnet, überall. Und ich kann es nicht mehr hören, es liegt an der Impfquote. Nein, ein Scheiß liegt an der Impfquote, liebe Leute. Inzidenzen in Dänemark von über 4.000 bei einer Impfquote von, ich weiß es nicht, 117%. Und trotzdem wird alles geöffnet. Mittlerweile fahren Schleswig-Holsteiner am Wochenende über die Grenze nach Dänemark, um mal wieder richtig die Sau rauszulassen, weil es dort niemanden juckt. Und wenige Kilometer weiter. Wie lange? Wollen wir uns diesen Scheiß noch antun? Jetzt mal ganz im Ernst.